Überraschung beim FC Wacker Innsbruck. In einem Gespräch zwischen dem FC Wacker Innsbruck und Sportdirektor Oliver Prudlow ist man übereingekommen, künftig getrennte Wege zu gehen und den bisherigen Sportdirektor dienstfrei zu stellen. Cheftrainer Roland Kirchler wird gemeinsam mit dem Geschäftsführer Mag. Gerald Schwaninger und Teammanager Gogo Feistmantl interimsmäßig die Aufgaben übernehmen.